Poseidon bzw. sein römisches Gegenstück Neptun gehört zu den bekanntesten Gottheiten der Antike. Alter Mann, der mit einem Dreizack bewaffnet ist und auf einem Streitwagen durch die Wellen reitet. Poseidon ist der Gott des Meeres und er bekommt heute von uns ein Kurzporträt spendiert. Ich hab's ja gerade schon gesagt, der griechische Gott Poseidon wurde in der römischen Kultur mit dem Gott Neptun gleichgesetzt. In diesem Format haben wir es uns aber angewöhnt, immer die griechischen Namen zu verwenden. Poseidon ist nicht nur eine der bekanntesten Gottheiten der Antike, sondern er gehörte auch quasi zur Chefetage, also zu den mächtigsten Göttern auf dem Olymp. Er konnte es sogar mit seinem Bruder Zeus aufnehmen. Ja, tatsächlich, Zeus und Poseidon waren Brüder. Der dritte im Bund ist Hades, der Herr der Unterwelt. Nachdem das Vorgängergöttergeschlecht der Titanen besiegt worden war, teilten die drei Brüder die Welt unter sich auf. Zeus erhielt die Herrschaft über den Himmel, Hades über die Unterwelt und Poseidon das Meer. In der antiken Literatur hat Poseidon ziemlich selten gute Laune. Wenn er gute Laune hat, dann lässt er Inseln entstehen oder sorgt für eine ruhige See. Kein Wunder also, dass ihn vor allen Dingen Seefahrer verehrten und ihn um eine sichere und ruhige Überfahrt baten. Die Fälle, in denen Poseidon aber schlechte Laune hat, die überwiegen bei Weitem. In solchen Fällen schickt er Stürme, Überschwemmungen und Erdbeben. Das mit den Erdbeben überrascht vielleicht jetzt im ersten Moment, aber in der Antike war eine Gottheit nicht irgendwie auf einen Bereich wie zum Beispiel das Meer begrenzt. Poseidon war auch an Land eine mächtige Gottheit. Zum anderen galt Poseidon auch als Gott der Pferde. Und wer schon mal erlebt hat, wie so eine größere Gruppe Pferde vorbeigaloppiert, der kann das mit den Erdbeben wahrscheinlich jetzt relativ gut nachvollziehen. Diese Macht über Erdbeben hatte Poseidon übrigens mit seinem Bruder Zeus gemeinsam. Eine der bekanntesten Geschichten, in denen die schlechte Laune des Poseidon eine entscheidende Rolle spielt, ist natürlich die Odyssee. Poseidon war aus gewissen Gründen ziemlich angepisst auf Odysseus und schickte den listigen Griechen zur Strafe auf eine unfreiwillige 10-jährige Rundreise durch den Mittelmeerraum. Man sollte sich also besser nicht mit Poseidon anlegen. Poseidon wird regelmäßig mit einem Dreizack dargestellt. Das ist eines seiner wichtigsten Erkennungszeichen. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum? Dreizacke, vor allen Dingen welche mit Widerhaken, wurden in früheren Epochen dazu verwendet, um Fische zu fangen. Aber das ist noch nicht alles. Poseidon wird häufig auf einem Streitwagen dargestellt, der von sogenannten Hippokampen gezogen wird. Dabei handelt es sich um Mischwesen aus Pferd und einem Meerestier. Möglicherweise dienten Seepferdchen als Inspiration dafür. Poseidon war mit der Meeresnymph Amphitrite verheiratet, mit der er auch mehrere Kinder hatte. Das bekannteste ist vielleicht der Meeresgott Triton, den man auch aus Ariel kennt. Aber das hielt Poseidon nicht davon ab, auch zahlreiche außereheliche Affären, und vor allen Dingen mit anderen Meeresnymphen zu haben. In dem Punkt ist Poseidon unter den antiken Gottheiten keine Ausnahme. Aus seinen zahlreichen Affären gingen diverse sehr bekannte und berühmte Kinder hervor, wie zum Beispiel Orion, den man heute vor allen Dingen als leicht zu erkennendes Sternzeichen kennt, der Zyklop Polyphem, das geflügelte Pferd Pegasus, der Riese Atlas oder der Held Theseus. Poseidon wurde in der Antike sowohl in Griechenland als auch in Rom unter dem Namen Neptun verehrt. Er symbolisierte die Macht und Unberechenbarkeit des Meeres und unterstreicht damit die Bedeutung des Meeres und der Wasserquellen für die antiken Gesellschaften. Wenn ihr eine antike Gottheit als Schutzgottheit wählen dürftet, würdet ihr Poseidon nehmen? Schreibt uns das gern mal in die Kommentare. Und Poseidon wäre übrigens not amused, wenn ihr diesem Video kein Like gebt. Und wenn ihr seine Laune wirklich bessern wollt, dann lasst auch ein Abo auf unserem Kanal. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.